Kloster Kamp ist eine ehemalige Abtei auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lindfort. Es wurde 1123 gegründet. Die Klosteranlage liegt auf dem Hügel Kamperberg im Ortsteil Kamp. Das Gebiet der Stadt Kamp bestand hauptsächlich aus einer Sumpflandschaft. Das war einer der Gründe, warum die Zisterzienser nicht wie üblich ihren Ordenssitz auf dem Land bauten, sondern auf den Kamperberg verlegten. Übrigens, der Name Lindfort stammt aus dem Altfränkischen und bedeutet so viel wie Saum des Moores. Die Stadt Kamp-Lindfort liegt in der niederrheinischen Tiefebene, 6 Kilometer südwestlich von Rheinberg und 8 Kilometer nordwestlich von Moores. Die Gärten des Kloster Kamp stellen eine neue Gartenanlage in barocken Strukturen dar. Die Gärten wurden von den 1980er Jahren bis ca. 1991 gebaut. Der Terrassengarten wurde von Benediktus Bücken gestaltet. Bücken war Mathematiker, Baumeister und Mitglied des Konvents. Mittig im Garten legte Bücken eine Treppenanlage, die sogenannte Schöne Treppe, an. Die Anlage enthält offiziell insgesamt vier Gärten. Den Terrassengarten, den Barockgarten, Altergarten und den Obstgarten. An der Abtei Kirche gibt es noch einen kleinen, aber interessanten Kräutergarten. Südlich an den Terrassengarten schließt sich der horizontal angelegte Barockgarten an. Der Barockgarten ist mit dem Terrassengarten durch die Schöne Treppe verbunden. Gegenüber der Klosterkirche findet man die Schatzkammer. Das ist das Museum Kloster Kamp. Außerdem gibt es noch den Klosterladen und einen Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020